Oh mein Gott, ey, lass mich doch einfach da durch. Würde ich das Spiel für Leute empfehlen, die es damals nicht spielen konnten. Ich meine, wenn du absolut sonst gar nichts zu spielen hast und einfach so total absolut alles bereits durchgespielt hast, was dich in deinem Leben sonst interessiert und du selbst alle Zeldas schon nach 100% gemacht hast, dann würde ich es unter Umständen in Erwägung ziehen, einfach zu sagen, man kann es sich mal anschauen. Aber boy, ey, das ist halt echt. Damn, so. Was ist die Werft? Die können, glaube ich, einfach zum Boot stecken und dann das direkt auswählen. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste das irgendwie eingeklappen. Warum ist eigentlich mein Regal nicht an? Warte mal. Ach, witzig. Geht doch. So, äh, sieht doch noch relativ komplett aus hier. Und hier müssen wir hin. Und keiner weiß, wie man da hinkommt. Wie kommt man nach dort? Also, wie kommt man nach. Warte, äh, das war... ...ist ja Quatsch, ne? Dann verschwinden da die Dingens. Ah, okay, ich seh's. Okay, jetzt muss ich noch nach da oben. Okay. Okay. Ja. Oh, come on, dude. Ich bin so done mit dem Spiel einfach. Das ist immer so eine Scheiße, einfach, die so total unnötig ist. Gott, ey. Es ist einfach physisch schmerzhaft, das zu spielen. Oh. Oh. Kann diese Konsole einfach einmal nicht beschissen sein? Oh mein Gott, ey. Ist das ein verfickter Ernst, Mädchen? Oh. Okay, alles gut. Holy shit. Ich dachte, ich hätte es nochmal machen dürfen. Er hat nämlich gerade einfach die fucking Verbindung verloren und lief einfach von alleine nach vorne geradeaus. Und ich dachte mir halt so, es ist nicht dein scheiß Ernst, Alter. Es ist nicht dein verfickter Ernst gerade. Oh mein Gott. Ich bin so done mit dem Spiel einfach. Oh, es ist halb. Wer ich jetzt irgendwie runtergefallen, hätte es nochmal gemacht. Also nochmal machen müssen. Ey, ich hätte ausgemacht. Wäre mir einfach egal gewesen. I don't care so. Especially so. Bock. Möber. Oh. Oh. Let's do it. Oh. Four min. Oh. 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 Äh, Goddess Cube, Goddess Cube, das haben wir ja, glaube ich, alles. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass beim... Okay, einmal ein Firewall. Also, falls du die eine Höhle meinst, die habe ich schon. Also, entweder die Höhle oder... was mit dem Balancieren. Was ja wahrscheinlich dann hier irgendwo ist, ne? Oh, warte. Ein Siegelheim. Hier. 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 Ja. Ah, okay. Okay, ich dachte, das hätten wir schon. Äh, soll ich davon zählen? Ja. Ein liegender Pfeil, gezeichnet von denen, die weit entfernte Ziele treffen wollen. Hm, mehr konnte ich da nicht in Erfahrung bringen. Was ist vielleicht daraus schlau? Also soll ich jetzt ein Pfeil zeichnen? Wie zeichnet man einem Pfeil? Ich glaube, mein Stein pfeift. Das sind also die Pfeile, mit denen man ein weit entferntes trifft. Jetzt, danke für deine Hilfe. Bei meiner Forschung gebe ich dir das hier. Sick! Okay. Okay. Nice. Okay, okay, okay. Okay. Was ich auch noch glaube, ist, dass wir beim Vulkan ein Herzteil finden. Weil da musst du irgendwas ausgraben und das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Und vielleicht, so total am Anfang soll irgendwie noch eins sein, wo du über so ein Dings balancieren musst. Über so ein Seil balancieren. Ich glaube, das habe ich auch nicht gemacht. Also ich weiß, wir gucken einfach mal nach. Wir sind ja gerade hier. Wir sind ja gerade hier. Was ich auch noch äh? Keine Ahnung. Hahaha! Hmm. So, irgendwo hier. Ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Nicht hier richtig? Ich glaube schon. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wofür die Pilzsporen gut sind. Sie machen einen schönen Effekt. Ähm. Ich finde diese... Diese Mütze ist so unübersichtlich. Genau, man muss da durch, ne? Alles gut. Come on, Link, du schaffst es. Zieh dich mit deiner letzten Kraft da durch. So, und hier an dem Baum ist jetzt irgendwo so ein Ding, wo du lang kannst. Theoretisch genau da, wo das Wasser ist. Also, eigentlich hier. Hm. Okay, das habe ich dann auch schon geholt. Das vom Kronenleuchter habe ich auf jeden Fall. Das ist ein Goddess-Cube, den habe ich auch. Dann Skyview-Tempel habe ich. Von dem Dude habe ich das. Die zehn Dingsbums-Juwelen. Das heißt, auf zum Eldin-Vulkan. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Wie ist die erste? Wie ist das? Wie ist die Säge? Oh, wie ist das? So, das ist theoretisch. Ziemlich am Anfang. Irgendwo hier anscheinend. Ziemlich am Anfang. Etches will eventually lead to a piece of heart. Okay. Ha! Nice. Shit. Okay. 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 Ich hab das tatsächlich nicht. Damn. Ja, gut. Kann passieren. No hate, please. Jetzt die Frage, wie man da hinkommt. Wie lang? Wie lang? Nee, oder? Nee, das kann nicht sein. Ich mein, witzig, dass es da ist, aber zum Glück ist es einfach da. Shady Force wäre nicht da und es wäre irgendein anderes, so. Wir haben das zumindest gefunden. Alles cool. Was soll's. Hey, können wir nicht noch mehr tragen? Haben wir nicht ne größere Bombentasche gefunden? Ach nee, die muss man auch ausrüsten, ne? Oh. Ach nee, dein Will. Malhen. Juhu. Juhu. Okay, das sieht übelst mies aus. So. Und ich glaube, hier ist jetzt nämlich noch eins, was mir fehlt. Denn im Volcano Summit, wo auch immer das nochmal ist, da musst du dich irgendwo eingraben. Halt da muss ich nochmal hin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht habe. Hey, ich war so ready dafür, dass wir fertig werden. Jetzt ist es einfach gleich ein Uhr morgens und wir sind immer noch nicht durch. Being a Twitch-Streamer is suffering einfach. Manchmal, manchmal soffert man schon ziemlich doll. Ich schätze mal, dass es da ist. Ich bin mir nicht sicher. Joa, so circa, ne? Wie viele Leute sind da noch da? 272, wow, okay. Holy shit. Damn. Ich dachte, wir wären so bei, keine Ahnung, 80 oder so. Okay, das ist Nummer 19. Nummer 19. Und wir sind... Da rein? Ah, witzig. Ah, witzig. Ha, nice. Das hat funktioniert. Heute ist Wahltag, meine Freunde. Ich habe Briefwahl gemacht. Because I am a lazy bitch. So. Okay, anscheinend sind wir hier nicht richtig. Hä, wie komme ich denn nach da, wo das sein soll? Dude. War das 18 vielleicht? Nee, 18 ist von dem einen Dude im Tempel. Das habe ich auf jeden Fall. Okay, nur Summit. Summit ist doch Gipfel. Und wir sind am Gipfel. Und wir sind am Gipfel. Gute Nacht, Ari. Und wir sind da, wo ja noch. Ich bin hier. Das war, wie schmerzt. Ich bin hier. Hallelu war. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin eine Witzig. Oh, ja. Hä? Das ist es auch nicht. Das ist der gleiche Weg wie eben. Oder? Ne, das hier ist es auch nicht. Oder? Ich habe keine Ahnung, Alter. Wie komme ich jetzt darüber? Oh, so, okay. Das ist auch nicht der richtige Raum. Ich weiß nicht, wo der Raum ist. Danke für den Sub. Das ist alles. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht so gut bin. Oben links, also hier? Ich meine, Nobel, von dir, dass du glaubst, dass ich mir merke, wo der sechste Dungeon war, aber ich habe keine Ahnung, wo der war. Ja, dann teleportier mich nicht dahin, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, dann nach Süden von den Chica-Steinen, also das hier, oder meinst du das hier oben? Und da dann irgendwo oben, Süden? Oder meinst du, nee, das ist das hier, oder? Oder... Ich glaube, das große Heiligtum müsste das sein. Also, das habe ich auf jeden Fall. Da ist ein Dings drin, das habe ich mir ja schon geholt. Ich gehe nochmal raus, ich gehe mal zu dem anderen. Vielleicht ist das das, was ich suche. Ich weiß das halt auch nicht, Alter. Ich habe keine Ahnung, mein... dass ich mich nicht mehr innen sehe. Nein, ich habe keine Ahnung, meinst du nicht mehr in der In cercena? Ja, ich meine Ahnung, das war nicht nie. ist sagt es jetzt... Ja, da soll ich Quell! mein Gott, das ist es. So, wir müssen nach da. Da irgendwo. Aber das habe ich anscheinend auch schon ausgegraben. Das heißt, das kann es auch nicht sein. Ja? Okay, ich habe es ausgegraben, aber war da nie drin. Wir haben es geschafft, Dudes. Oh mein fucking Gott, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt aber wirklich. Holy shit. Ah, we did it. Yes. Ich bin so sick of this game. Los geht's. I don't care so. Oh. Ah. 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 So, ich glaube, wir mussten irgendwie... Ach ne, wir müssen zu Narisha, ne? Wir machen das morgen, Alter. Es ist so spät. Ich bin so fertig. Lass das morgen machen. Jetzt schlafen und sobald ich fucking wach bin, machen wir das. Dann sind wir damit fertig, ey. Nicht dieses Kapitel in meinem Leben einfach schließen. Ah!